Was sind die größten Hindernisse für den Frieden in Zentralafrika? Das größte Problem in unserem Land sind die bewaffneten Gruppen und deren Entwaffnung, die nicht schnell genug vorangeht. Die religiösen Führer und die Bevölkerung bemühen sich, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt wiederhergestellt werden kann. Ist Versöhnung überhaupt möglich? In jedem menschlichen Leben gibt es Auseinandersetzungen, Missverständnisse, Kämpfe und Gewalt. Doch der Mensch kann sich ändern. Wir denken, dass die Zentralafrikaner dazu in der Lage sind, das, was geschehen ist, zu überwinden. Seine Fehler erkennen, bereit sein, sie zu korrigieren und dann ein neues Kapitel aufschlagen. Das ist die Hoffnung für unsere Zukunft. Was sind die Gründe für den Konflikt? Die Gründe in diesem Konflikt sind nicht religiös, sondern militärisch und politisch. Dazu kann ich noch Folgendes sagen. An der Spitze der Seleka haben wir keinen Imam, an der Spitze der Antibalaka keinen Priester oder Pastor. Wie der Imam gesagt hat, sie beziehen sich weder auf den Koran noch auf die Bibel. Es geht eher um Macht und Reichtum. Was unternehmen Sie gegen den Missbrauch der Religion? Man hat die Religion auf subtile Weise benutzt, um an die Macht zu gerangen. Wir religiöse Führer haben gemeinsam Nein gesagt. Wir streben nach Brüderlichkeit und nicht nach Spaltung. Wir handeln gemeinsam, um zu sagen, wir sind auf der Welt, um zusammenzuleben. Das ist unsere Bestimmung. Wie ist die Situation der vielen Zentralafrikaner, die vor dem Bürgerkrieg fliehen? Die Lage unserer Flüchtlinge in den Nachbarländern ist, dass sie nicht den Status als Flüchtlinge haben. Das ist ein großes Problem. Sie haben nicht den Status. Sie sind mit allen möglichen Problemen konfrontiert. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Es kümmert sich niemand um sie. Es gibt keine medizinische Versorgung. In unserem Land haben Bistümer und einige Gemeinden muslimische Flüchtlinge aufgenommen. Und wir sagen unseren Gemeindemitgliedern, die Menschen sind nicht eure Feinde und auch keine Fremden. Es sind eure Nächsten, eure Brüder. Ihr müsst sie lieben und willkommen heißen. Was sagen Sie den Afrikanern, die nach Europa wollen? Zuerst möchte ich den Europäern sagen, helfen Sie den Afrikanern, in ihrer Heimat zu gehen. Sie müssen immer zu bleiben, dort glücklich zu sein. Sie haben Land, sie haben Häuser, sie haben Reichtümer. Wenn die Europäer die Bedingungen schaffen, dann können die Afrikaner ihre Kompetenzen entfalten und es gibt keinen Grund mehr, hierher zu kommen. Ich muss überlegen, warum ich weggehe und was ich erreichen will und ob sich das Risiko lohnt. Ich teile die Ansicht des Erzbischofs. Doch meinen afrikanischen Brüdern möchte ich sagen, sie sollen in den Ländern, die sie aufnehmen, ihre afrikanische Würde behalten. Es ist eine Ermutigung und auch eine Herausforderung, die uns dazu bringt, noch mehr zu tun, um unsere Ziele zu erreichen. Dass Zentralafrika wieder zu dem gastfreundlichen Land wird, was es früher einmal war. Dass die Menschen solidarisch sind und bleiben und dass sie zusammenleben. Das ist die Herausforderung, dass die Zentralafrikaner wieder die Akteure des Friedens werden. Es ist eine Ehrung für alle, die ihr Leben verloren haben und die gerne ehrlich und in Würde gelebt hätten. Ich denke an die Vertriebenen, die aufgrund des Krieges unser Land verlassen haben. Ich will sie durch diesen Preis ehren. Gleichzeitig möchte ich, dass dieser Preis ein starkes Signal der Versöhnung ist, damit man sagt, nie wieder. Es ist ein Preis, den wir der Vergebung widmen.